Hallo allerseits, GeoGebra beinhaltet auch ein Konstruktionsprotokoll. Man kann dieses einblenden durch Ansicht, Konstruktionsprotokoll. Hier werden alle einzelnen Schritte einer geometrischen Konstruktion aufgezeichnet und hinterher kann man dies abspielen lassen. Ich werde jetzt den Innenkreis eines Dreiecks konstruieren. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und fertig.